Nicht mehr gereicht den Pöck in der Zone, der Kanadier halten zu können. Julian Sprunger mit dem Scheibenverlust, der blauen Linie. Oh, Eigentor! Eigentor von Spisa! Das war der Schibenverlust von Julian Sprunger. Der Schlag gegen die Scheibe kommt von Traxler. Ja, von Traxler kommt sie dort. Und Tavares. Traxler noch hat die Stockschauflung von Vorher. Ja, von Traxler.